Wie würdet ihr eure eigene Musik beschreiben und benennen? Schubladen sind nicht unser Metier. Da sind viele Worte oder viele Schubladen oder Schränke, ist mir auch egal. Lustig. Du singst doch geil. Volles Chor, Fun, Rock, Party, Cover, Kapelle. Heimatlied, Hardcore... Spaß Chor. Heimat Chor. Wieso Heimat? Spaß Chor. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Und das Gefühl ist hier in diesem Raum. Ich nehme es nicht mehr zu zu fühlen. Könnt ihr den Malz wegnehmen? Kann ich damit beantworten? Ja, danke. Ich bin schon lange glücklich. Was sagen eigentlich die Künstler dazu, dass ihr deren Musik nachspielt und verbessert? Mach die Kamera aus! Darüber haben wir uns wieder halten vorhin. Das geht nicht. Wir hatten Kontakt mit Real Life und die fanden es gar nicht so uncool. Die fanden es toll, dass wir was von den Spielen. Das war aber bis jetzt die Einzigen, mit denen wir Kontakt hatten. Die fanden es toll, dass wir Send Me In A2 spielen. Doch, die ersten waren nicht so muster. Aber ich will nicht die letzten sagen. Bill Murray und die Ghostbusters fanden es auch ganz toll. Kommen auch mittlerweile Künstler vielleicht zu und sagen, bitte covert mich mal oder so? Ja, René Marek, aber da gibt es nichts zu covern. Handpucken ist schwierig. Ne, also bis jetzt noch nicht. Was auch noch ganz wichtige Frage ist, was kostet eigentlich bei euch ein Shirt mit einer Promo-CD? Fünf Euro! Habt ihr vielleicht für die treuen Fans da draußen eine Kleinigkeit oder eine Info oder irgendwas, was ihr denen sagen könnt, auf was sie sich demnächst freuen können, nach dem Interview? Jetzt nicht sagen wir, auf das Interview freuen. Was ist hier? Ja, wir haben ja auch noch eine neue Anzug. Anzug. Einen neuen Anzug, genau. Steht doch auf den Stuhl und auf den Eindruck. Die neue Webseite geht ja bald um. Ja. Es gibt ab dem 29.8. Das Video wird nachträglich veröffentlicht. Es gab seit dem 29.8. Neue T-Shirts, Feuerzeuge, Buttons, Homepage, Auftritte. Und neue CD nehmen wir auf. Ja, genau. September ist unser Monat. Da spielen wir ja ungefähr 47 Mal. Und die anderen minus... Zwei Tage? Sieht noch was mit der Voraus? Man versteht sich nicht gerade. Die anderen minus 17 Tage nehmen wir auf an Colin. Juhu! Recording Session. Okay, dann kommen wir so langsam zum Ende des ersten Interviews. Oh, da liegt was vor uns! Da liegt was hinter euch! Da liegt was hinter euch! Da liegt die Hunde! Du bist wie nackt! Wenn du meine Fotos machst! Ich weiß es auch nicht! Aber es sieht gut aus! Oh, das ist doch ein Regen! Wie so ein Regen! Wie so ein junges Regen! Jetzt verstehst du es auch mit dem Regen! Ja! 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 Wie war die Frage nochmal? Wir waren abgelenkt! Entschuldigung! Aber Dini hat was gesagt! Ja! Die Antwort! Silent Bob! Silent Bob! Silent! Seid 26, das gibt gar nicht! Oh Gott! 2, 4, 6! Der Schmuse schlumpft! So jetzt bräuchte ich aber mal, weil die Couch ist viel zu klein, jetzt müsste der Hase mal aus dem Bild! Ich hab noch was vor mit euch! Setz ihr 5 Blobs euch mal bitte alle auf die Couch! Alle auf der Couch, müssen alle auf der Couch sein und damit, ja Patrick auch. Jetzt ganz wichtig, die Füße vom Boden. Alle Füße vom Boden. Und jetzt ordnet euch mal bitte, hier kommt der Älteste hin und da der Jüngste. Und ihr dürft den Boden nicht berühren, das würdet ihr jetzt gerne sehen. Was soll ich wollen? Aber nicht den Boden. Der Jüngste ist hier, oder? Der Jüngste ist auf der Seite. Dammt Dissi! Du dumm Eulio! Ich komme nach hinten, ich bin der Zweite. Ich bin der Zweite! Ich bin der Zweite! Dissi muss rüber! Ja! Es geht halt. Jetzt geht halt so nicht. Komm, ich bin ich zusammen! Ich zieh rüber! Du mein Baywatch! Wenn Sie Waren aus dem Wasser ziehen! Oh nein! Oh nein! Ah! Ich fall runter! Das ist so warm hier drin! Schaff dich doch mal rüber, Mensch! Er hat den Boden berührt! Nee, 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 hat er nicht. Halt mich noch ein bisschen fest, dass ich schlafen kann! Jetzt! Halt mich noch ein bisschen, dass ich schlafen kann! Fertig! Ja, jetzt hat es zwar ein bisschen beschissen, aber... Wir? Nein, er hat beschissen! Was wahr ist, muss wahr bleiben! Colin, bist du älter? Der Band-Over! Der Band-Over! Was siehst du aus? Das ist alles so entfernt, du! Was ist mit den Beinen? So, das war jetzt das erste Mal zu Ende, fertig! Okay, was ein Glück! Alter, hier macht man die Heizung aus! Hier läuft die Beziehung! Colin! Puh! Scheiß, die Wand! Puh! Puh! TV, in Stadion Power.